hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu snageliebte zombie army an meiner seite der daniel die hallo ich hin und weiter geht's jetzt ist schon wieder so laut hier na bei mir ist das so eingestellt also bei mir geht's ja ich glaube bei mir geht's auch also wird schon passend so da höre ich schon wieder irgendwelche rum das ding ist wenn man das länger nicht gespielt hat hier sogar fast wieder gruselig ja den wollte ich party was so hat sogar jemand überlebt nee warte mal wie lade ich nochmal nach hey ich muss erstmal die steuerung halt die fresse oh da kommen sie ja rück bisschen zurück boah drei vier mit einem schuss auch mal schaffen und immer schön gucken ob wir gar nicht hier ob wir irgendwas finden wir ihn außen rum latschen da leider ich latsche rum was was deine Mutti um zu schreien ha 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 der wollte dir an die Wäsche oh er steht gleich wieder auf ich mach das nicht ich geh weg er hat mich voll erschreckt die Drecksau oh ja das finde ich nicht gut weißt du, Horrorspiele sind eine Sache von das ist ja nicht mal richtig Horror aber nicht da noch erschreckt wird der Katze was denkst du wie soll ich keine Horrorspiele spiele ich, Horrorspiele und Facecam, das wär ein oder oben ey der ist schau mal da ist so ein Ding man kann sogar drauf schießen man kann sogar drauf schießen auf der hier freund lasen da oben den Ballon ja kannst du richtig drauf schießen ja aber das ist nur das ist nicht echt irgendwie das ist nur natürlich ist das nicht echt ist ja auch ein Spiel aber ich weiß das war scheiße jetzt geht halt tot oh du wolltest mich hauen Daniel mach mal das schaffst du schon ich glaub an dich von hinten von hinten von hinten ja da steht da hinter dem also echt hey der ist geflogen ja wie gesehen hey dem wollte ich grad Oh, da hinten hat was geleuchtet. Ich seh's. Was? Eine Weinflasche? Nee, leider nicht. Oh ja, Weinflasche. Mal gucken. Ich seh keine. Ich auch nicht. So ein Scheiß. Wo gehen wir lang? Links, rechts, links gibt's nichts. Oh, schau mal, hier ist eine Gasse. Die ist doch total verbraucht. Ah, da gibt's bestimmt Gold. Nee, gibt's nicht. Halt, warte, kann ich was tun? Nein, wegkommt. Und hier? Nee. Warte mal, hier ist auch noch eine Gasse. Kommst du aber nicht hin, oder? Nee, aber ich könnte ja mal gucken. Nee, eine Weinflasche haben sie da wohl nicht. Oh, wir kriegen schon wieder Besuch. Ist schon wieder soweit. Ja, wie Weihnachten hier. Kriegt jeder einen Kopfschuss. Oh, das Feuer, das lohnt und brennt. Laterne, Laterne. Ah, wie das hier aussieht. Oh, haben sie voll gewütet hier. Ich hab ein Haus, ein Äppchen und ein Pferd. Kennst du? Ach, nee, ist nur eine Laterne. Okay. Kennst du, kennst du, kennst du? Nee. Ich hab ein Haus, ein Pferdchen und... Nee. Ich hab ein Haus, ein Pferdchen und ein Pferd. Na, Bibi Langstrumpf. Hey, Bibi Langstrumpf. Hey, Bibi Langstrumpf. Hey, Bibi Langstrumpf. Hey, Bibi... Oh, oh. Ich nehme die Granate aus der Hand. Oh, oh. Mach, mach schnell. Ja, ja, was? Ja, ich hab's geschafft. Oh, nur aus der Hand geschossen. Nicht direkt die Granate. Du musst die Granate treffen. Ganz wichtig. Oh, da kommt Skelette schon wieder. Zack. Oh, ja, zwei auf einen Schlag. Zwei für ein. Vier für eins ist viel cooler. Alter, sind die weit weg. Alter, der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Wie wär's mal, wenn du ein bisschen vorgehst? So, nö, geh du doch. Nö, nö, ich sag ja, dass du vorgehst. Ich hab das Gefühl, dass das ist was. Nein, ist nicht okay. Okay, ich mach's auf meine Art. Mit der Pistole geht's jetzt nach vorne. Und dann gibt's richtig Stress jetzt hier. Zack. Mal wieder. Oh, hinter mir? Nee. Aua. Oh, doch, hinter mir. Aua. Nein, der schießt. Aua. Aua. Der hat auf mich geschossen, Daniel. Ich glaub, der spinnt ein bisschen. Alter. Zack. Und den nächsten. Zack. Und den nächsten. Zack. Aua. Der trippt auch noch. Ja, ja, tut der Kopf weh? Okay. Komm mir nicht zu nah. Ich bin gefährlich. Ich bin eh ein Tier. Wenn du mich in die Ecke treibst, wirst du nur böse. Bleib mich nicht in die Ecke. Alter, jetzt liest du ihn aber auf dem Denkel. So. Geht doch. Wie er mich hier mal gar nicht beachtet hat, ne? Ja, ne, nur auf mich die Seite. Ja, ne, nur auf die Kleinen. Ja, der wollte dir als Leder. Ja, das ist wirklich, ne? Der wollte dir als Leder. Oh, schau mal, hier ist voll schön Blut und so. Der ist umgefallen wie ein nasser Sack. Damit er aufstehen kann. Ja. Du hast ihn gerade in die Hand geschossen. Und dadurch... Ich bin nicht alles dran. Da geht's weiter, aber lass uns mal... Genau. Lass uns mal da hinten noch gucken. Oh, da ist ein Haus, da ist ein Haus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pär. Oh, ne Weinflasche. Was, wo? Da oben, auf dem Balken. Ich will das sehen. Komm, komm zurück. Warte mal, geh mal weiter zurück. Komm mal mit und von hier hinten ausschießen. Dann kommt ne schöne Sequenz. Echt? Ja, stimmt. Umso weiter, umso weiter du weg bist. Wir gehen so weit hinter, wie wir nur können. Na gut. Ich seh die doch nicht mal mehr, oder? Na, du kannst da ranzoomen. Okay. Wir machen abwechselnd, okay? Warte mal, sieht man sie noch? Ne, ich seh sie ja gar nicht mehr. Ist mir wurscht. Abwechselnd, komm her. Na, ich weiß gar nicht, wo die ist. Ja, ich auch nicht. Warte mal. Alter. Äh, ne, sieht man von hier aus gar nicht mehr. Ne, wir müssen weiter vor. Warte mal. Warte noch nicht so weit vor, das ist zu weit. Ich seh die nicht. Man hat doch irgendwie ein Fernglas. Wie war denn das? Äh, wie war das? So. Ja. Boah. Warte mal. Wo ist dieser Balken? Ich seh den Balken ja nicht mal. Ne, der ist ja nicht da. Der ist nicht da. Ich geh jetzt hin, merk mir die Stelle und dann schieße ich von ganz hinten drauf. Okay, jetzt seh ich's wieder. Jetzt seh ich's. Ich guck mit Fernglas mal. Schön merken. Also, bist du bereit? Ich seh sie immer noch nicht von hier. Äh, jetzt ist sie wieder weg. Ach, beschiss. Geh ich halt wieder ein bisschen ran. Ah, jetzt seh ich's. Warte mal. Ja, ich auch. Jetzt geh ich zurück mit Fernglas. Verschwindet. Ah, jetzt verschwindet sie. Warte mal, jetzt geh ich wieder vor. Ab hier sieht man sie noch. Also ab hier so. Soll ich drauf schießen oder nicht? Ne, mach mal. Unsere erste Weinflasche. Voll daneben. Yeah. Oh, keine Sequenz. Das ist Schweinerei. Und gleich treten hier. Leider, dass du das gesehen hast, ne? Ja. Sowas fällt mir gleich auf, wenn da ein Balken ist und da irgendwie so ein Strich, ne? muss ich doch hier hinten gibt's irgendwas. Vielleicht noch eine Goldbahn für uns? Ja, da müsst ihr auch mal wieder dran kommen. Ja, tatsächlich. Ah ja, siehst du? Bling. So, na gut. Ja, schön. Jetzt können wir weiter. Bin ich durch die Tür gekommen? Ich wollte gerade so machen. Durch mit dir. Durch. Ich quetsche es durch die Tür. Alter, wieso haben sie so die Animationen vom Treten so schnell gemacht? Ja, weil man ja schnell tritt. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Oh, ein Auto. Oh, oh. Nee, hinterher. Oh, oh. Zurück, zurück, zurück. Nein, du darfst nicht. Haha. Zack. Voll daneben. Alter, gute Nacht, habe ich gesagt. Da kommt noch ein Einsiedler. Ey, du bist... Na, ich brauche auch Muni. Mir geht die Muni aus. Ja, Quatsch. Du schießt gar nicht mal. Hast du hier nicht noch mehr umgebracht? Wie sucht das Auto an hier? Haus. Warte mal, hier hinten gibt es doch bestimmt noch nichts. Okay. Okay. So, hier haben wir wieder unsere... Oh ja, hier. Oh, oh, alles meine. Meine Granaten, meine Granaten. Meine, meine, meine. Oh, wie das schön klickt. Schönes Geräusch. Ja. Okay. Was? Ich habe nichts gedrückt. Ich schwöre es dir, ich habe nichts gedrückt. Aber wir haben einen Kontrollpunkt, das ist... Schön. Ja, Kontrollpunkt, der... der besiedelt ist. Nein, schau mal, wie hässlich das Dunkel ist. Da gehe ich nicht rein. Kannst voll ver... Nein! Nein! Oh, ich will hier nicht rein. Meine Mama hat immer gesagt, hüte dich von dunklen Räumen. Alter, hau doch ab! Alter, ist das finster. Selbst ein Kuhartschweller vielleicht. Oh, hier liegt wieder als Schmackes auf dem Tisch. Und sonst gibt es hier gar nichts, wa? Ach, du bist schon da oben. Sau! Alter! Oh, hier kommt auch noch einer. Ja, hör auf nachzuladen. Oh, hier liegt auch noch. Schatz, nichts. Ne, jetzt lässt es aber so komisch auf dem Boden da. Da außen wird abgehen wie sonst was. Bis sehen, wenn wir da raus müssen, na? Ja, reiß ihn doch erst mal den Kopf ab. Am dran, mal Kopf ab. Oh, hörst du ein Kind? Ja, ich habe es auch gehört. Ich habe immer noch. Kind gehört. Komm jetzt Kinder hier als Zombies. Ich habe Gänsehaut, ich habe keinen Bock mehr. Nein, vergiss es, Alter. Ich habe, nein, ich habe nicht schon Horrorspiele. Mit die Spiele ist kein Resident Evil, du kannst es vergessen. Niemals, nein. Ich darf das jetzt. Ich habe mir das Fimper und das Sechser mit dir angetan. Okay, das Fimper geht noch, das ist sehr auf Action ausgelegt, das Sechser auch. Aber, ja, das ist schon ein bisschen mehr Grusen wieder. Ja, also Operation Recon City ist jetzt nicht gruseliger. Jetzt haben wir verraten, dass du Resident Evil Operation Recon City bei dir noch machst für deinen Kanal. Ich bin doch gar nicht. Aber, ähm, das Fehler wollte ich mal machen, ne, aber ich... Ja, das ist ja als Singleplayer, das... Der Witz ist, ich habe das als Kind gespielt, also als Kind durchgespielt. Das heißt, da war ich vielleicht noch nicht alt, jedenfalls zu zwölf oder so. Und ich habe das, ich habe das, äh, in Profi durchgespielt. Ja, ja, ich war zwölf oder elf. Mit zwölf Jahren sind solche Spiele nicht gerade... Nee, na, das ist das eigentlich, das hättest du nicht... Gehen wir gerade wieder runter? Na, wir müssen doch hier runter. Weiß ich nicht, jetzt kommen wir gerade zu Polen, hätten wir uns verirrt... Doch, hier unten war vorhin die Tür zu. Oh. In einem Pferd, wer macht? Gibt's denn hier nichts? Beschützt... Das... Beschützt... Beschützer der Vaterlands, hä? Das ist voll der Streitvieler, les mal. Hm. Beschützer der Vaterlands. Ja. Und hier Schlachtplan, ne? Hier oben. Vater, Vater. Aua! Wat, wat, wat? Weg! Alter, wie der dich gebastert. Ja. Da freut er sich wieder. Hilfe, Hilfe! Sterb nicht! Doch, musst du in der Mitte aufs Herz schießen. Aua, ab! Alter, so nett wie du bist. Geh egal! Wenn du hoch gehst. Geh hoch! Oh, jetzt darf ich keine Lust hin machen. Aber ich hab noch eine Pissole! Zah. Komm her! Mich könnt ihr mal. Komm her, ich hab keine Angst vor euch. Nur ein bisschen. Komm her! Oh, wie viele hier draußen schon wieder sind, ne? Geil! Alles Munition. Ich brauch aber auch ein bisschen... Ach, Mensch, leg dich doch hin. Ich wollte deine Munition haben. Ja, so viel war das jetzt auch nicht, ne? Zack. Guck mal, hier geht's hoch, Daniel. Guck mal. Ja, und wo müssen wir... Ach, wir müssen da hinten lang, okay. Gehen wir aber erstmal hier oben lang. Aber hier ist einfach mal nichts. Okay, 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 oh. Ich suche nach einer Weinflasche, aber... Ja, jetzt hast du Blut geleckt, ne? Nein, wie kommst du überhaupt so? Nee, ich will auch... Willst du auch eine finden? Nein? Fragezeichen? Ja, es gibt ja... Guck mal, hier erst lang, die Seite. Weil da drüben ist ja das Kreuz. Renn, renn, renn. Wieso hast du dich... Wieso hast du jetzt getreten? Nur so, weil ich es geil finde. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ist das nicht schön Horror gestaltet? Alter, haue ab. Wissen Sie an, was mich das jetzt hier erinnert? An... Ein Spiel. Oh Gott. Dead Space. Oh ja, stimmt. Oh nee, Dead Space 1, vergiss es also. Kann ich nicht spielen. Das 3er ging, aber das 1er... Nee, 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 nee. Bist du hier durchgegangen, ey? Ey, wie kommt denn noch sowas? Wie kann ich denn durchgehen? So, aber hier haben wir wieder so einen Bunker. Machst du hier die Treppe schon oben? Ja. Oh, hier brennt ein Systemhaus. Naja, wer weiß, wer das so angelassen hat. Ich höre schon wieder irgendwelche... Ja, die Kinderstimmen sind echt... Äh, das ist ja brutal. Hast du ja bei Dead Space auch gehabt. Was? Oh, die sollen mal, die sollen mal ein Dead Space 4... Was? Die sollen mal ein Dead Space 4... Die sollen mal ein Dead Space 4 rausbringen, was aber... Alter, was hältst du hier? Oh, die Böse an. So, ja, da kamen wieder so welche angerannt. Und wo kommen die jetzt? Von da hinten kamen die. Da kommen sie. Ja, warte ab. Und hier bin ich noch nicht fertig. Oh, da kommt wieder einer selber auf die Presse. Wo kommt der? Da kommt wieder angerannt irgendwo. Ja, klar, ja. Nein! Geh weg! Entschuldigung, älter, ich bin nur so geil, wenn auf dich zu rennen, du immer dann, bis sie sich weggedreht hast und angefangen hast zu rennen, ne? Das dauert zu ehemachen, in diesem Spiel. Weil die irgendwie scheinbar langsam schneller wird. Nicht sofort die Höchstgeschwindigkeit, sondern... Ja, was wackelt der auch über dem Rennen so rum, ne? Oh, da kommt noch einer. Ich höre ihn jetzt schon schreien. Hörste? Oder? Ne, das ist doch das Echo um meinem Ohr. Boah, brutal. Die blieben noch ein bisschen von der Geschichte, ne? Ne, von denen. Das erinnert mich wieder an Sirius Sam, wo die auch so angerannt kommen. Aber da kommen die ja in Massen angerannt. Hör mal auf, wir haben das gespielt mit fucking Good Edition. Daher kommen die nicht da irgendwie hoch, schau mal. Ne, ich glaube, da kommen wir nachher wieder runter, denke ich mal. Ist auch scheiße. Ja, und Sirius Sam wird es ja auch noch geben auf unsere Kanäle. Ja, aber ich glaube, sowas sollten wir ansagen bei Projekten, die... Na, weil wir es gerade jetzt, äh, ne? Ja. Gerade erwähnt, erwähnt haben. Weltbahn, nix da. Vielleicht. So, hier, warum ist die Tür so schick? Geil. Du eine Wohnungstür, die ich auch gern, bloß ohne Reichsadler bitte, weil das kommt ein bisschen komisch. Naja, aber mit dem Stern hier, oder was? Was? Das sind die beiden Schlüsselfragmente, oder hinten? Wir werden sehen, ob du den Schlüssen finden kannst, steht hier bei mir. Ja, das steht bei mir auch, ne? Oh, das finde ich scheiße. Oh, immer diese, diese Stimmen im Hintergrund. Immer diese Stimmen im Kopf. Ich höre schon wieder einen rum. Alter. Ui, ui, ui. Alter, die Tür hier. Ja, wir müssen hier erst die Gegner platt machen. Hat dir deine Mama keine Bandnieren beigebracht? Geht zu Daniel. Oh, der kommt aber nah. Ah, was mache ich denn? Die Zeit muss sein. Erstmal durchsuchen. Du bist ein Penner. Hoffentlich wirst du von Tommy gefressen. Die Zeit muss sein. Ich glaube, dass die Skelette so langsam sind. Aber es reicht schon. Ich glaube, dass die Skelette so langsam ist. doch Stauzer die Presse liegt 20 wir haben es zehn Schuss ergattert von denen aber die Tür ist offen mit noch mehr kommen die von oben und ist kein Gefühl doch ein der wollte gerade die Treppe hochgehen das genau gesehen aber ich dachte gerade das wäre eine Uhr hier aber es ist ein Bild was kaputt ist ich wollte sagen oh guck mal die hübsche Uhr hier ja so Bahnhofsuhr so was haben die hier neben dem Zimmer gemacht nicht aber irgendjemand redet hier komisch von oben oh nein nicht daneben nicht daneben der und das sind die Scheiße so da unten auf dem Platz der Witz ist von hier wenn wir eine Weinflasche siehst du ja gar nicht mehr von hier dankeschön ja einer muss schon treten oh die geilen Schatztruhen hat nichts für mich gehabt wie die geilen Schatztruhen dann kann man die aufmachen ne ne ich hab schon probiert da geh ich nicht ran kannste vergessen kannste vergessen schmeißen dran adios yeah so ich hab's ich hab den Schlüssel oh hier kommt einer oh oh überall Kreuze raus raus hinter uns was passiert da drinnen in den Raum ich hör die Kinder ja ich auch vielleicht war das ne Falle da kommen noch mehr hinter uns ne halt die Klappe hinter uns ist ja ach deswegen haben sie auch ne rote Laterne hingestellt das erinnert mich auch so ein bisschen dann hier so vor vom Ball an her einfach mhm weil die, da streuen die Kugeln auch so kann man wieder an der Wand kleben meine Muniz, du willst da auch nicht rein, ne hm ich hab jetzt nicht irgendwas übersehen ne da geht's nicht weiter von dort die haben einfach nicht meine Munition dieses Schweine ja das tut mir echt leid für dich hm ob ich nicht verreckst du hier hat schon wieder ein Kind gekichert alter ich hasse es wenn die diese Kinder oh oh Boss na hier so ein Boss ja ja hau doch ab ja mach ich uiuiuiui uiuiui weil ich dich gerettet hab weil ich dich gerettet hab weil ich dich gerettet hab die sind mir nie müde ja aua das klingt ja weh komm mal auf hier aua 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 au schnell weg hilf es hilf es hilf es hilf es ich hab hm komm immer mehr komm hoch hier hier wohin hier hoch wieder der ist doch nicht mehr hier komm so runter ne warte mal hier oben war noch äh ok warte mal wir können ja hier noch höher gehen auf der Seite ach ne hier ist zugesperrt ok alles klar so ich hab das ich hab den nächsten Schlüssel alter schon wieder überall so Dinger ja komm alter 3 4 3 alter ich muss die Gänse aus vergiss es du wolltest grad das Lied von äh ja Freddy Krüger ja ey cool Munition oh ja oh das hätte ich mal das meine 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 was da jetzt meins ja hier können wir dann erstmal ne Pause machen ja bitte ich muss nämlich jetzt irgendwie ein bisschen Brickett pressen den ich glaub ich hab eingekackert du ja weil ehrlich diese Kinder stimmen ne die oh die machen einen richtig wuschig ne boah guck mal hier sind gleich drei drei weinflaschen können wir die nicht auch nehmen ne ich hab's probiert ok Leute dann sagen wir mal an der Stelle tschüssi und vielen Dank fürs Zuschauen schön ciao ciao ciao